Hallihallo, hier sind wir wieder zu einer weiteren Runde PlanetSide 2 mit meinen zwei Kameraden, da hinten sieben sie rumlaufen. Ja, die Basis, wie ihr auf der Karte sehen könnt, haben wir immer noch nicht eingenommen und es geht weiter. Vorrücken. Los, los. Ich bezweifle auch, dass wir die in dieser Folge einnehmen werden. Nicht nur, dass wir sie nicht eingenommen haben, sondern wir können auch nicht mehr das bohren. Das heißt, wir haben die eigentlich sowas von von... Da steht noch einer. Ja, das Truppfahrzeug ist nicht mehr da. Oh, die sind offen, mich immer zu beschießen. Das ist unnormal hier. Unsterblicher, der ist doch unsichtbar, der Arsch hier oben auf dem Berg. Kann das sein? Boah, ich bin schon wieder tot. Ah, Miss Crazy Plan, das könnte ich vielleicht noch heilen. Mach das auf, dass du nicht welche beschossen wirst. Den T-Uno könnte ich auch noch holen. Nee, warte, lass mal. Nee, ich hab, ich hab, ich hab. Ah, zu spät. Wow, und? Aber ich hab wenigstens Level abgekriegt dafür. Hau. Rang 8. Schön für dich. Ja, find ich auch. Hm. Ist das hier unten näher? Der Wagen? Ach, toll, jetzt war da genau ein Wagen. Wer schießt denn da auf wen? Warum schießt der T-Uno auf einen? Ich schieß auf keinen. Ich teste nur gerade ein bisschen was aus, wie gut die Waffe so ist. Achso. Ich dachte schon, ich muss jetzt teambeschüsst wieder melden. Alles klar, das ist ein Ort. Und was ist mit der Trak 5? Nach russen? Die ist total scheiße. Oh, jetzt war die Action. Feuerradie 642, die ist 750. Schaden 143 und 143. Windungsgeschwindigkeit. Ach, laden Geschwindigkeit. Oh, und mal wieder tot. Okay, ich nehme... Ich weiß nicht, jetzt bleiben sie da liegen. Ich komme. Ich sehe sie. Das war noch so ein blödes Bein. Hier, auf einem offenen Feld, ey. Ja, ich muss ja da irgendwie hinkommen. Da kann ich mal Selbstheilung reinmachen. Oh, ich glaube, wir sind wieder schon tot. Ah. Wo latsch ich denn raus? Vor Level 91, dass die sich nicht schämen. Ah, hier unten kann man ja wieder sparen bei dem Christ. Sehr gut. Ja, die hätten es wirklich so machen sollen, eine Art Megaserver wie bei ESO einfach mal machen. Und natürlich mehrere Megaserver für verschiedene Leveler. Also von 1 bis 20, von 20 bis 40 und so weiter. Beispielsweise. Ja, das wäre gut. Wenn wir gerade von ESO sprechen. Wenn ihr wollt, dass der gute Theodor ein Let's Play von ESO Elder Sports Online macht, dann schreibt es in die Kommentare. Und wir werden uns diesem Wunsch widmen. Von hier. Und wir bezalten hier 3. Dann nur natürlich. Und der ist Meister. Ne, ja. Ich bin ein armer Schüler. Noch muss ich 2 Jahre Abi machen. Und mal wieder tot. Ach, ich habe ihn gekillt. Der war sogar Level 3, so supergut war der. Alle aufstehen, ich halte euch gerade alle. also sagen die doch für sich cool macht mir spaß ja bleck hier bleibt ihr einfach alle da ich heile euch nach hinten hinten ja ich kann nicht weg rennen ja mega fussel das heißt ja jeder muss hatten vor sie nur noch rückt ein aber da ist nicht punkt es gibt keine kommst du den berg hoch und meine tante mal wieder nicht kommen alle berg und ich kann ja nicht um die borde jetzt sieht aus wie der sieht aus wie doch weiter gerade genau wir gehen da hinten umrein ja ich freue mich viel zu viel beschuss kann sich vergessen von hinten schon weg seitlich wieder das doch unfassbar die sind einfach viel zu stark der theonor geht aber zurück zur basis heute mal ein flugzeug und fliegt immer drüber und roma alles weg weiß wie schnell mal der tod ist bei diesen waren und allgemein bei irgendjemandem ich weiß noch nicht so ganz wie man das macht ich habe den trainer nicht raus wie man die alle fertig machen aber da schießen so viele typen max einheiten und raketenwerfer und so auf mich drauf das ist unmöglich da kann man endlich mal irgendjemanden killen kommt gleich der zweite an und macht dich fertig bevor du ihn kümmern kann dann kann ich die kalte büse wieso habe ich ja ich hier keinen dauer schuss ist das eine blöde waffe ich schwören können die hatte ich vorhin gar nicht hast du für eine waffe vielleicht hast du auch eins ist aktiviert ich weiß nicht ob es geht so wie bei welt muss ich gar nicht habe ich hier vorhin auch aus vorsehen gewechselt als ich mir das visier geholt habe um so zu holen und dort die leveln sich so schön aus wie der scheiß mega fussel muss ich sagen mag ich nicht mehr auswäldern nur noch nie kurz meine waffen an andere gucken nicht schon wieder klebe hrsch-diegewechselt herheid klar ich habe die doofen waffen gewechselt für uns stimmt jetzt auch eine angst am alles so viel schaden bekommt überhaupt nicht ich habe auch mal angefangen also als ich hier auf meinen alten sommer mit hendrick ein bisschen gezockt habe und da hatten wir auch mal so eine schlacht gehabt mit total verzweiflungsschlacht gegen die wahnhus ja und es sind immer mehr terraler gekommen um zu helfen und umso mehr terraler kamen umso mehr haben wir verloren irgendwie jetzt ist das jahre da habe ich mir selber mit war nur angeboten um zu gucken wie gut die eigentlich sind ich bin total abgegangen ich hab mit level aber schon alle fährten das ist ja der hammer das ist das blöde auto wieder weg zum sporen der typ der kann mich gar nicht gesehen haben kommt schon schießend um die ecke da ist auch noch was wieder und wieder weg ich kann sie eigentlich können kann diese sauber was ich jetzt mal entscheiden wo das eine position hat du hast